Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie wäre es mit so einem wertschhaften, künstlichen Bauernbrot? Frisch aus einem eigenen Ofen. Wie man das macht? Ganz einfach. Das zeigt uns jetzt Frau Monik. Nämlich mit 500 Gramm von diesem neuen Bauernbrotmehl. Dazu 20 Gramm Frischhefe. Oder ein Beutel Lifty Trockenhefe. Ein Deziliter Wasser und zweieinhalb bis drei Deziliter Milch. So, und jetzt kann es losgehen. Die Hefe haben wir im lauwarmen Wasser aufgelöst. Das haben wir da schon vorbereitet. Dann kommt die warme Milch dazu. Die hat auch etwa 30 Grad Wärme. Und 500 Gramm vom Bauernbrotmehl. Das Ganze wird jetzt gut durchknetten. Besonders gut geht das natürlich mit dem Satrap-Mixer. Und jetzt deckt man den Teig mit einem Küchentuch zudecken und dann an der Wärme aufgelassen. Und jetzt, das haben wir schon vorbereitet, wird der Teig nochmal gut durchknettet. Und dann schön geformt aufs Bachblech gelegt. Und jetzt machen wir noch die typische Bauernbrotverzierung. Und dann in den vorgeheizten Backofen. Und dann, nach 50 Minuten Backzeit, ist es soweit. Sie können Ihres Kunstwerk vorführen. Vorführen. Hm. Tja, wie wäre es also mit so einem Bauernbrot? Alles, was Sie noch von dem Coop-Bauernbrotmehl wissen müssen, das steht genau auf der Packung. Und dazu erst noch wertvolle Tipps. Denn Coop will, dass Konsumenten informiert sind. Und jetzt kommen wir noch zu unserem 10'000 Franken Wettbewerb. Da schreiben Sie wie immer eine Postkarte und schicken Sie als Coop Mittwochstudio, Postfach 4091 Basel. Einsendeschluss ist der 25. Dezember. Die Aufgabe ist einfach. Schreiben Sie drei von den Coop-Aktionen auf, die jetzt gerade kommen. Auf Wiedersehen miteinander. Bis am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Tauben Tomisenf Milch. Statt 2.70 Franken nur 2.10 Franken. Zwei Tauben Tomis Mayonnaise. Statt 4.20 Franken nur 3.30 Franken. Zwei paar Wienerli vakuumverpackt. Statt 2.10 Franken nur 1.80 Franken. Die verschiedenen Midi-Beutelsalate kosten jetzt 25 Kratzen weniger. Ein Beutel Pommeschips Paprika. Statt 2.80 Franken nur 1.95 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop zwei Liter Sonnenblumenöl. Für Sonnenblumenöl steht für 7.50 Franken nur für 5.50 Franken. Alle die Aktionen gibt es morgen in allen Coop-Läden.